Yo Leute, was geht? Wundert euch nicht, wenn ich mich vielleicht ein bisschen fettig anhöre. Vielleicht wird im Hintergrund noch Audio-Geräusch, ich muss das Fenster offen haben. Ich bin hier auf dem Dachboden, es ist todeswarm. Ich komme echt nicht drum herum, Leute, ich sterbe. Wir haben hier einen sehr interessanten Patch. Ich glaube, das hier ist der frustrierendste Change überhaupt. Syndra wird gebufft. Wir haben hier noch einen Change drin, der No Way wahrscheinlich nicht gefallen wird. Ich bin in den letzten Tagen ein bisschen öfters in seinem Stream drin. Und einer seiner Champions wird hier auch bearbeitet. Aber ja, wir fangen oben an. Es gibt ja noch eine zweite Seite, die wurde nicht geupdatet. Da sind ein paar andere Changes. Und nebenbei will ich auf u.gg nochmal nachgucken bei einigen Champions, wie es gerade aussieht, ob es gerechtfertigt ist oder nicht. Fangen wir dann eben einmal mit dem Video an. Wir haben hier einen Nerf auf Evelynn. Es ist kein zu hoher Nerf. Ihr Hate Spike bekommt weniger cool, wenn man das gegen ein Monster macht. Das wird ihr Early Jungle Clear ein bisschen verlangsamen. Evelynn ist gerade sehr problematisch. Also ich weiß nicht, ob das jetzt nur ein reines High-Elo-Ding ist. Aber ihr seht hier schon, Evelynn hat auf der ganzen Welt, auf Platin Plus, eine positive Winrate. Auf einer relativ guten Pickrate. Das verändert sich in Diamond Plus nicht. Im Master Plus ist sie eigentlich immer noch recht gut dabei. Ich glaube, Challenger ist da nochmal was anderes. Da gibt es halt zu wenig Games im Vergleich. Aber wenn wir uns mal so irgendwie in die Low-Rank-Elo umgucken, ist sie da nicht so gut. Aber ihr seht, ihre Winrate geht immer weiter höher, je höher es auch in der Elo geht. Und ab Gold hat sie schon eine positive Winrate. Und Leute, sind wir ehrlich, Evelynn ist, wenn sie mal gut steht, recht toxisch dagegen zu spielen. Also ich kann mir denken, dass es gerade in Platin und Gold sehr frustrierend ist, weil die Leute schlechter mit Pink Wars umgehen. Aber sie hält sich hier in Diamond noch. Und im Master geht es dann schon sehr weit hoch. Da kann man die Nerfs verstehen. Also wie gesagt, es ist kein zu hoher Nerf. Es wird nicht ihren Damage-Output senken. Aber ihr Early-Game wird ein bisschen langsamer sein. Wir haben hier nochmal Galio-Changes. Der Champion ist komplett im Müll. Ich denke zumindest nicht, dass Raid ihn gebalanced bekommen kann. Jetzt, während man W-Macht geground ist, ist das halt scheiße. Es fühlt sich immer clunky anfühlen, weil man nicht richtig reinkommt. Von daher ist es einfach ein bisschen kacke. Ja, aber hey, passive kann man es öfters nutzen. Die E hat auch ein bisschen mehr Damage. Cool. I guess. I guess. So, keine Ahnung. Graves, Leute. Das hier wird sehr kritisch. Das hört sich nicht viel an. Graves bekommt mehr Armor, wenn er seine E macht. Von 5 bis 15 auf 8 bis 20. Das ist aber pro Nutzung. Graves. Wenn Graves Meta ist, dann gibt es zwei Möglichkeiten im Jungle. Entweder pickt ihr einen Jungler, der Graves heißt. Oder ihr pickt einen Jungler, der gut ist gegen Graves. Das heißt, man müsste einen AP-Jungler im Normalfall nehmen. Die sind meistens sehr, sehr gut. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob Romney Kragas gut ist. Aber im Normalfall so Nidalee oder Elise oder sowas. Nidalee ist dann doch eher so ein One-Trick-Champion. Ja, so seht ihr meistens nur von One-Tricks. Da gibt es noch Elise als Antwort. Aber das ist ein dicker Buff. Das ist ein sehr dicker Buff. Denn nicht vergessen, Leute, wenn Graves in den Gegner reinspringt, bekommt er Doppel-Stacks. Ja, das heißt, er bekommt zwei gleichzeitig. Das heißt, er würde hier nicht nur ein Plus-3 machen, sondern wenn er in einen Gegner reinspringt, ein Plus-6. Und er hätte dadurch eine Nutzung von seiner vorherigen E nochmal for free. Ja, was wirklich sehr viel ist. Finde ich zumindest. Es ist ein sehr dicker Buff. Es ist ein wirklich sehr, sehr dicker Buff. Macht ihn tankiger im Jungle. Das heißt, er kriegt nochmal weniger Damage im Jungle. Und er kriegt bereits nicht viel. Und macht ihn dazu noch stärker in den ganzen Skirmishes gegen AD-Champions. Okay. Karma, Leute. Ihr Mantra-Bonus-Schild geht nach unten. Wir sehen hier eine Base-Vergängigung von 20 und eine AP-Scaling, die hier nochmal von 10 runtergeht. Das hier ist hauptsächlich ein Nerf für Solo-Lane-Karma. Weil die sich meistens auch mehr AP, also schneller mehr AP holen, als eine Support-Karma. Aber, ähm, ja, so, ist einfach sehr stark, den Movement-Speed zu haben in Kombination nochmal mit dem dicken Schild. Kann man nachvollziehen. Ich weiß gerade auch nicht, wie Karma's Win-Rate ist, wenn ich ehrlich sein soll. Ähm, ich weiß, dass sie in High-Elo eigentlich gut dabei sein sollte. Lass mal nachgucken. Warte mal. Vielleicht ist sie nicht unbedingt ein Pick, den man auf der ganzen Welt sieht. Nee, die ist generell scheiße dabei, aha. Dann ist das wohl eher ein Competitive-Nerf. Würde ich jetzt mal einfach so sagen. Ähm, sie ist in keiner Region positiv dabei. Also, ich glaube, in Competitive sehen wir sie öfters auf jeden Fall. Warte, warum gehe ich hier auf NL? Darauf geschissen. Ah, Korea ist sie auch kacke dabei, ha. Okay, interessant. Interessant. Oh, oh, wir haben einen Ort gefunden, wo sie positiv ist. Wow, aber das ist eine hohe Pickrate. Das ist eine echt relativ hohe Pickrate, ja. Äh, LeBlanc, Leute. Mehr Damage auf ihrer E hört sich jetzt hier erstmal relativ scheiße an. Ne, so, so 10 Base-Damage mehr. Später sind es 50 Damage mehr. Ähm, ihr müsst hierbei aber eins bedenken, Q, äh, E ist die letzte Fähigkeit, die eine LeBlanc magst. Im Normalfall magst die W, Q, E. Wenn ich mich jetzt nicht irre, ähm, LeBlanc, wir gucken einfach mal rein. Just in case. W, dann Q, dann E. Ja, dann sind wir da richtig. Ähm, von daher bekommt es einfach nur 10 Damage mehr und ein bisschen mehr Scaling. Aber ich, äh, ich denke nicht, dass auf Level 18 50 Damage mehr so viel ausmacht. Klar, mehr Damage ist immer gut, versteht mich nicht falsch. Ähm, aber 50 ist im Early-Game nicht mehr ganz so viel. Aber cool, 10 Damage mehr. Ich weiß gar nicht, wie steht LeBlanc überhaupt gerade von der Wunderheit her? Ähm, Dia Plus. Lass mal, lass mal nur auf EU gucken. Steht sie scheiße. Master Plus steht sie scheiße. Grandmaster steht sie sehr gut auf einmal. Und Challenger steht sie auch recht even. Ähm, echt? Ist LeBlanc... Krass, ich dachte so, dass die ja relativ gut ist. Okay, Leute, interessant. LeBron brauchte wohl einen kleinen Buff. LeSin, Leute, ist in Worlds bald. Es geht Richtung Worlds. Normal braucht LeSin dann Buff. 5 Damage mehr pro Nutzung von Q. Ich meine, das sind 10 Damage mehr. Ist cool, wenn man Early-Jungle, vielleicht auch noch im Early-Skirmish, so Level 3 rum. Level 3, Level 4. Danach nicht mehr ganz so relevant. So, ich glaube, das soll so eine Art Placebo-Buff sein. Ey, yo, Leute, LeSin. Existiert auch noch. Spielt die mal. Ähm, wenn ihr bereits LeSin-Spieler seid, dann ist das cool für euch. Aber ich sehe wenig LeSins. Ähm. Deswegen gehe ich jetzt auch mal spontan davon aus, dass der Win-Rate jetzt auch nicht so cool ist. Ne? Wir sehen hier überall relativ negative Win-Rates. Ähm. Kann er wohl vertragen. Lissandra, Leute. Bekommt einen Buff. Äh, freue ich mich persönlich drum. Denn ich habe Lissandra noch letztens im Ranked gespielt. Ähm. Mehr Base-HP. Cool. Mehr Leben pro Level. Cool. Mehr Damage. Mehr Ratio auf Ulti. Ebenfalls cool. Ähm. Das ist... Das Ding ist hier, was mich daran stört. Lissandra ist bereits gut in Teamfights. Warum werden Teamfights jetzt nochmal weiterhin gebufft? Denn... Die Ulti ist hauptsächlich eine Teamfight-Ulti. Klar, man kann damit jemanden locken und so. Aber wenn ich einen Gegner in einem Gank locke, dann ist mir das ein bisschen Scaling hier auch scheißegal. Weil dann sollte er eh schon tot sein. Ähm. Deswegen sehe ich das hier als rein, ähm, Dingens-Buff an. Als rein Teamfight-Buff mit Game-Teamfight-Buff. Ein bisschen mehr Leben zu haben, ist natürlich immer cool. Aber ihr Hauptproblem wird noch bestehen. Ihre Kuh wurde sehr hart genervt. Man will da im Competitive wahrscheinlich auch aufpassen, dass sie nicht wieder ausrastet. Kann ich nachvollziehen. Ähm. Aber, ja. So, ganz cooler Buff eigentlich. Lucian. Lasst euch davon nicht baiten. Ulti-Damage geht auf Level 2 um 5 hoch pro Geschoss. Und auf Level 3 um 10. Leute, wenn ihr mit Lucian im Mittelauf und Squishy drauf geht, ihr macht eine Combo drauf ohne Ulti, er ist tot. Und wenn ihr mit ein bisschen Leben überlebt, dann zieht ihr Ulti und dann ist er tot. Wenn ihr auf einen Tank drauf geht, dann juckt dieses bisschen mehr Damage ihn nun auch nicht wirklich. Das hier ist in meinen Augen ein reiner Placebo-Buff. Es hört sich cool an. Es wird natürlich auch seine Winrate irgendwo erhöhen. Klar. Ich glaube, Lucian ist gerade eh komplett scheiße. Ähm. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ähm. Ne. Diamond auf einer hohen Pickrate, eine negative Winrate. Ähm. Platin, hohe Pickrate, negative Winrate. Master ist ja noch ganz okay dabei. Und dann sonst ist er nur so... Also, across the board gesehen ist Lucian scheiße. Ich weiß gerade nicht, wie es in Lone-Elos aussieht. Master ist ja gut. Dia selbst ist ja kacke. Ich glaube, es geht immer weiter runden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Lucian gut in Low-Elos ist. Ja. Da geht's. Also, wir sind hier... Es gibt hier nur eine Elo, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Äh. In Master ist er gut dabei. In Grandmaster schlecht. Und in Challenger ist er auch wieder gut dabei. Ähm. Also, er ist halt auf über 50%. Aber hier werden auch genere... Ne, doch. Er ist da an sich ganz okay dabei. Ja, also, across the board ist Lucian scheiße, wenn wir auf EU achten. Ähm. Der Buff wird auf jeden Fall helfen. Es wird aber nicht übertrieben sein. Poppy, Leute. Ich mach... Vielleicht liegt's an mir, Leute. Mal... Oh, warte mal. Lass mal eben einzeln in die Elos reingucken. Okay. Okay. Oh. Oh. Leute, hab ich euch nicht gesagt... Okay, warte. Es gibt auch noch die Low-Rain-Elos. Lass mal da reingucken. Da ist natürlich was anderes. Ich kann das schwer für mitsprechen, Leute. Ganz ehrlich. Ähm. Denn ich geh nicht davon aus, dass die Changes, wie die Poppy W, auf Low-Elo richtig benutzt werden. Und ich geh auch nicht davon aus, dass Poppy auf Low-Elo generell richtig, äh... Richtig gespielt wird, ja. Aber in Master... In Grandmaster... Und in Challenger hat's übergute Win-Rates. Und ich möchte euch hier eins anmerken. Ihre Pick-Rate... Also, klar, je höher wir gehen, ne, desto weniger Spieler können sie auch so gesehen spielen. Denn es gibt, ähm, mehr Master als Challenger. Sie hat ja eine One-Trick-Pick-Rate. Sie ist auf unter 5% sehr gute Win-Rate. Sie hat hier eine One-Trick-Pick-Rate. Sehr gute Win-Rate. Sie hat hier eine normale Spieler-Win-Rate. Aber ich... 33 Matches sind wenig. Sehr gute Win-Rate. Oh, hier Pick-Rate, ne, und Win-Rate. Soll ich euch sagen, was das alles bedeutet? Könnte es sein, dass Poppy vielleicht nicht von One-Tricks gespielt wird, sondern dass Poppy in Match-Ups, in Counter-Match-Ups, einfach sehr gut ist und nicht generell in jedem Match-Up gepickt werden soll? Wie kann es dann sein, dass Riot sich sagt, mehr Movement-Speed? Damit sie in jedem Match-Up nochmal besser dabei ist. Verstehst du das Problem, Leute? Ähm, nicht jeder Champion muss immer Viable sein und muss in jedem Match-Up gut sein. Riot hat sich damals gesagt, Alter, wir sind in der Meta, wo Midlane-Assassins stark sind. Lass mal Caster den buffen. Lass ihn mal mehr Damage geben. Und dann wusste jeder, wenn man die Assassins weghaut und dann wieder Mages kommen, will Caster broken sein. So, das, weiß ich jetzt nicht. Mag ich einfach nicht. Mag ich hier einfach nicht. Ähm, Kiana, ihr E ist jetzt flashbar. Ihre Ulti hat auch ein bisschen mehr Coulomb bekommen. Ähm, aber, ne, es ist Level 16 geht ja Coulomb da unten, ja. Das hier finde ich fein. Ich wusste nicht mal, dass es nicht flashable ist. Die E hat an sich wirklich sehr viel Damage. Wobei ich mir die Frage stelle, kann ich jetzt nur flashen oder kann ich jetzt auch wegdashen und sowas? Würde mich mal einfach gerade so interessieren. Ähm, ich glaube, Kiana steht sogar gerade gut. Jetzt, wo die Leute auch Zeit hatten, um sie zu lernen. Ähm, lass mal hier wieder ein bisschen reingucken. Ähm, ich gehe nicht davon aus, dass sie zwangsweise am Platin gut ist. Diamond ist ein bisschen kacke. Master ist sie sehr gut dabei, ne. Gute Pickrate, sehr gute Winrate. Ähm, Grandmaster, hohe Pickrate, sehr gute Winrate. Und der Challenger, oh Leute, das, das hier ist komplett bonkers. Also, Bunrate, 60% Bunrate. Wow! Leute, Kiana ist der Yasuo in Haiello. Ähm, ich finde die Changes soweit erstmal gut, wenn ich ehrlich sein soll. Einfach nur, lass mal gucken, was passiert, wenn man ihre E-Dodgebar macht. Finde ich in Ordnung, ja. Ähm, ich kann davon ausgehen, dass man vielleicht in Damage noch ein bisschen nerfen wird, wenn ich ehrlich sein soll. Ähm, aber einfach mal gucken. Ich mag dieses langsame Runtergenurve anstatt wir töten den Champion erstmal. Rumble, Leute. Ja, Noe spielt sehr viel Rumble, bitte zumindest immer dann, wenn ich da bin. Ich weiß nicht, wie es da, äh, sonst so aussieht, ja. Ähm, wenn wir da mal reingucken. Rumble ist gerade ein sehr komischer Champion. Man sieht den irgendwie öfter, besonders in NA, Leute. Ich könnte schwören, in NA ist Rumble voll populär. Wenn wir mal irgendwie reingucken. Ähm, warte mal. Ich glaube, das ist bei denen eher in High-Elo so, wenn ich mich nicht irre. Echt, ist das so kacke? Ich sehe so oft, wenn ich in NA bete, immer fucking Rumble. Ha, vielleicht war das Zufall. Hm, kann auch sein. Ähm, nee, warte mal. Spielen die nicht in Mitte? Okay, Leute, scheiß auf NA. Ähm, gehen wir mal nach EU und checken ihn dort ab. Platin-positiver Winrate. Gold-posit... Oh, warte mal. Man kann das doch hier auch irgendwie Dingens machen, ne? Hm, Rumble, Leute. Das hier ist Rumble generell gesehen. Auf allen Positionen hat Rumble eine sehr gute Winrate. Na, warte mal. So. Ich mach das jetzt hier wieder rein nach EU hin. Ähm. Wo haben wir ihn? Rumble. Da. Ab Platin-Plus hat er an sich eine gute Winrate, ne? Sei es hier für Mitte. Vielleicht sehen wir ihn hier auch noch auf Top-Lane. Nope, da wird er nicht mal gespielt, ha? Okay, dann machen wir das anders. Dann machen wir das eben ein klein wenig anders. So. Ne? Positive Winrate. Warte mal. Ja, so. In Master sehr gute Winrate. Sehr gut. Ja, auf 5% Pickrate. Grandmaster. Der etwas niedrigere Pickrate, aber nicht vergessen, Leute. Es gibt weniger Grandmaster, als es Master gibt. Daraufhin eine sehr gute Winrate. Und in Challenger ebenfalls sehr gut dabei. Ja, Rumble zumindest in der Mitte. Und auch wenn wir in EU drauf achten, dass wir auf die Top-Lane gehen. Äh, okay, Winrate. Okay, Winrate. Schlechte Winrate. Gute Winrate. Aber dann auch wiederum sind wieder sehr wenig Games, ja? Im Vergleich zumindest gesehen ist Rumble-Mützel gerade stärker als Rumble-Top-Lane. Ähm. Wenn er reingeht, kann er quasi diesen Damage abfangen und den Gegner meistens rauspushen. 20 Shield-Value hier zu verlieren, ist zwar, ähm... Ich finde den Nerf kacke, okay, Leute? Rumble ist eigentlich, soll eigentlich ein Top-Laner sein. Jetzt wird er in der Mitte gespielt. Warum wird er in der Mitte gespielt? Weil er auf der Top-Lane scheiße ist. Im Vergleich zum Mid-Lane ist er so gesehen scheiße. Ähm. Wir sehen sehr wenig Rumbles. Ähm. Und sein Schild hier zu nerfen, wird Top-Lane und Mid-Lane nerfen. Jetzt ist es natürlich schwer, das Ganze ein bisschen zu balancen, wenn ich ehrlich sein soll. Ähm. Gerade auch die Tatsache, dass er Mana-freien Wave-Clear hat in der Mitte, macht ihn dort viel stärker als auf der Top-Lane. Ähm. Und das wird wehtun. 20 Base-Shields wird wehtun, denn es ist auch eine recht... Lass ich mal sagen, spambare Fähigkeit. Ja. Und nicht vergessen, Leute, seine Danger Zone erhöht auch nochmal den Wert des Schildes. Das heißt, es wird ebenfalls nochmal mitgenervt. Ja. Würde ich hierbei nicht vergessen. Ähm. Sind, sind wie gesagt, meiner Meinung nach schon dicke Nerfs. Je nachdem, aber halt auch in welchem Match-Up man reinspielt. Ja. Okay, Leute. Soraka. 15 Damage mehr auf Q. Ich hab keine Ahnung, was die Writer bedeckt. Also. Eine gute Soraka. Ein Soraka Main, Leute. Ein Soraka. Alle Fängerstelle hinten drückt auf B. Ein Main steht vorne, gewinnt ihr die Lane alleine Solo, weil sie die ganze Zeit auf Q drauf drückt. Und ihr 15 Damage, die mehr zu geben. Leute, habt ihr schon mal gegen eine Soraka gespielt, die Scorch dabei hat. Die Komet dabei hat. Und ihr euch mit Qs vollspammt. Es gibt auch welche, die dem halt dann halt auch trotzdem noch A-Rey mit. Das ist richtig stark, Mann. Und darauf gönnt ihr euch manchmal noch Cheap Shop obendrauf, um euch richtig wegzuknallen. Gibt da schon ein paar echt kranke Soraka-Spieler. Ähm. Ich weiß nicht so, wie es bei ihr aussieht. Ich sehe im Moment kaum Sorakas. Ähm. Aber wir können ja eben einmal fix reinschauen. Leute. Ihr dürft hierbei nicht vergessen. Wir schauen hier nur auf unseren eigenen Server rein. Es könnte auf anderen Servern natürlich auch anders aussehen. Aber ich denke mir bei sowas. Ähm. Das ist generell. Okay. Sie steht an sich ein bisschen kacke. Ähm. Das ist generell. Ähm. Wichtiger für euch. Wie sieht das hier beim Server aus? Swain. Mehr Range auf Q. Das ist ein guter Buff. Das ist ein echt guter Buff. Ähm. Ich glaube Swain seit seinem Reworken geht es ein bisschen scheiße. Wenn ich ehrlich sein soll. Ihm mehr Range zu geben. Gibt ihm. Ich hasse Range Champions by the way. Ja. Gibt ihm aber mehr Power auf der Lane selbst. Weil er dadurch auch auf einer höheren Range poken kann. Ihr seht überall giga negativ. Leute. Super, super, mega krass negativ. Ähm. Der Champion ist gerade ein bisschen garbage. Syndra. Ihre Ulti wird gebufft. Der Mini. Also der Damage pro Sphäre wird erhöht. Auf Level 2 und auf Level 3 Ulti. Das heißt der Mindestschaden hier geht um 15 hoch. Beziehungsweise hier um 30. Ja. Wieso bufft man Syndras Ulti? Das ist doch der Interakt... Das ist doch der aktionsloseste Teil ihres Kids. Ja. Das Ding hat keine Interaktion. Ich drücke Ulti. Du wirst vernichtet. Und es fühlt sich wirklich sehr frustrierend an. Sie muss kein Setup machen. Kein gar nichts. Like, come on. Leute, das ist aber der Damage pro Sphäre. Der extra erhöht wird. Und der Mindestschaden wird erhöht. Das heißt, wenn ihr keine Sphäre drauf habt. Ja. Habt ihr hier schon mal 30 Bonus Damage. Und wenn ihr nochmal 2, 3 weitere habt. Habt ihr extra 50, 60 Damage nochmal. Also on top. Oben drauf. Ja. Also beides zusammengerechnet. Warum? Warum? So, wenn du ihr All-In-Potenzial verstärken möchtest. Warum buffst du nicht vielleicht W oder E den Schaden ein bisschen hoch? Die kann ich wenigstens dodgen. Habe wenigstens eine Chance dazu, dass du dodgen. Oder aber noch besser. Syndra muss mit ihrer QE-Kombo... Muss mit ihrer E eine Q auf mich draufschießen. Um dann den Damage um irgendwie Nummer 20 zu erhöhen oder sowas. Der kann ich wenigstens dodgen. Das hier nicht. Das ist Point and Click. Vayne, lass dich davon nicht baiten. Ihre E kann zwar sehr gut Damage machen, wenn man damit einen Gegner gegen die Wand kickt. Ähm, aber das passiert nicht so oft, wie ihr denkt. Dass der Damage von 100 auf 150% hoch geht, ist ein Buff, wenn es passiert. Aber es passiert nicht so oft, dass man sagt, oh, alter, Pogchamp. So wisst ihr, was ich meine. Ähm, natürlich geht's hier wieder Richtung Worlds, Leute. Solche Champions müssen gebufft werden. Nicht vergessen, wir schauen auf unsere eigene Server nach. Ähm, Master, die ja, sie, in, 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 die ja ist sie ganz gut. Und dann, je höher es geht. Okay. Wird hier aber auch wahrscheinlich auch nur in den richtigen Matchups halt wieder genommen. Ähm, ne, wie sie haben hier 13 Games. Aber Challenger ist dann halt nochmal wiederum ganz was anderes. Ja. Ähm, okay, Leute. Xerat, mehr Range auf seiner Ulti. Das ist natürlich sehr dick, wenn ich ehrlich sein soll. Denn er ist hier quasi fast auf Level 3 Range. Das heißt also, wenn er auf anderen Lanes irgendwie hinschießen möchte, ist das ganz cool. I guess. Ja, ist es leichter. Ähm, die Chains werden hier nicht angesehen. Der Kha'Zix, mehr Damage auf seiner Q, wird um 10 erhöht. Und ihr dürft hierbei nicht vergessen, wenn das Ziel isoliert ist, gibt es 20 Damage nochmal mehr obendrauf, weil der Schaden halt um 100% erhöht wird. Ähm, wie sieht es denn aus um unseren Boy Kha'Zix? So, ist er gut dabei. Ist er, äh, ich meine, ist okay dabei. Ist okay dabei. Hier geht's ein bisschen höher. Relativ gute Pickrate. Ähm, hier geht's wieder nach unten. Kha'Zix ist across the board scheiße. Wahrscheinlich ist es so, dass wenn man meistens gegen ihn spielt, dass es eher One-Tricks sind. Ähm, kann sich dann auch sehr frustrierend anfühlen. Ähm, mein Firm noch mal ein bisschen mehr Slow Increase. Cool. Ich glaub nicht, dass es hier so stark ist. Ähm, sein erster Hit hier macht aber nochmal mehr Damage. Wird ebenfalls um 10 erhöht. Sind so kleine Buffs, so, ich glaub, ich hab auch kaum Malfs gesehen, wenn ich ehrlich sein soll. Ähm, ich geh vielleicht davon aus, dass in den Lower-In-Edo's ganz okay dabei ist, ne? Bronze Iron hält er sich da so auf seinen 50, 50, ups. Alter Iron Stomper. Alter Iron Stomper. Sonst ist er eigentlich nur ganz, nur okay dabei. So, okay bis negativ. Der Master ist jetzt gerade sehr gut dabei. Ähm, aber nur eine kleine Pickrate. Hier auch wiederum Grandmaster, kleine Pickrate. Das heißt also, er wird overall nur in die, in die richtigen Match-Ups reingepickt. Wenn man ihn auch als richtigen Counter-Pick nutzt, kann er auch sehr viele Games gewinnen. Ähm, aber das ist dann deswegen auch eher ein Hai-Edo-Ding, ja? Aber Leute, das war's dann auch von mir. Ich bin noch Essen weg. Tschö, tschö. Hau dir rein. Und ich stream heute. Schaltet ein. Hau dir rein. Hau dir rein. Tschö, tschö. Hau dir rein. Tschö.